willkommen hier zurück bei adobe music auf dem youtube kanal ich bin der adobe und ich bringe euch jetzt let's play ball the skate folge 8 weil es geht 3 ball es geht 3 folge 8 version 1.0 ich muss jetzt hinter dieses tor kommen ich weiß nicht was das ist eine falle mehrere fangen öffnen verschlossen aber liegt in dem buch ich muss die forschung fast schriftrolle fehler das buch ist gefüllt mit seiten über seiten von beobachtungen zu reisenden und doofbewohnern die du blätterst zu den letzten seiten erleichterst oliver singe händler ankommt im mond hafen abreisen am nächsten tag ich suche den keller die eigenswerte des kelleres war mehr als ein doktor er war ein nekromant und er war von einem bestimmten buch gesetzt und ein bestimmten buch gesetzt naja wahrscheinlich das was hinter den getailliten ich finde das buch des nekromanten aber das ist doch nicht was warum sieht er das nicht an du blätterst sich die seiten voller seltsamer alchemistischer zeichnungen und formeln manche sind verständlich geschrieben manche in runden und zeichen die du kaum bekennen kannst teilweise handelt es sich um Anweisungen zur Verwendung von italien Rezepte für Kriegsmaschinen aber Hauptteil des Buchs beschäftigt sich mit der Wiederbelegung von Totenfleisch Forschungsnotizen Forschungsnotizen Hammer Bolzschale Skelettessen eine Kerze im Skelett Forschungsnotizen Tote Erfüllung Misslungen Zu lange tot Leiche verwest Wiederbelegung Misslungen Als cool zurückgekehrt musste wieder getötet werden Mit Toten sprechen Misslungen Antwort nicht hilfreich Klonen Misslungen Lebendige Gewebe benötigt Wiederbelegung Klonen Misslungen Musste beide Gute töten Auferstehen Misslungen Magischer Fluch Wahre Auferstehung Ich bin an der Grenze meiner Fähigkeiten und Ressourcen geschont Das Buch verspricht Hilfe Wenn ich kein Schwer ohne nur durch ins Wagen Wagen Schmerz Wagen Lass Wagen Schmerz Ich bin ein Schwerflos Bedeutige Beweig 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 mal hier gucken jetzt hier den giftresistenz dagebut des halt so geht halt von hier leiter ich sehe die giftresistenz dieser kleine rezept hat man schon manchmal die haut gerettet ohne eine schuppen schmerz und reißt meine haut schon bei kleinsten berührung zwar hat er mich nie gänzlich geheilt aber jede einzelne tropfen verschöpfen verschafft mir länderung ich hoffe dass es euch helfen kann was immer euch plagt irgendjemand hat auf der restlichen seite mehrfach warum wenn man nur heiltränke dieses göterverdammte primitiver dorf und hier und da einige eines tages bringe ich diese bassart von einem meister noch um zum glück ist das rezept an sich weitgehend lesbar rezept für ein heiltrank erforderliche extrakte salze aus schuppen schurken morcheln suspension auf nährlgras zubereitungen die position rühren bis wirbel entsteht vorsichtig die salze hinzugeben weitere bis die salze sich auflösen und lösung einrötliche werbung annimmt und nicht vergessen ist die alchemy nicht zweifelsfrei denkt an das gesetzte 3 selbst zutat selbe zutat drei portionen das extrakt wird euch belohnt tagebuch des meisters ich muss sagen das tagebuch kommen wie kann ich das an jedes tagebuch kommen tagebuch des heilers patient samson berufsschmied erkrankung gilt anmärkten samson hat er sich gut gehen lassen seit er seinen einen neuen lehrer nicht hat habe ihm ein holz herbst zeitlosen tiktor gegeben geraten vom roten fleisch und bier abstand zu nehmen patient brandy beruf mädchen erkrankung große holz splitter in der hand anmerkung später entfernt wurde gereinigt beruhigende salbe aufgetragen verbunden patient chemik beruf keiner kind erkrankung flaschen korken verschluckt anmerkung keine verhärtung des verstopfung im bauchraum festgestellt korken müssen ohne probleme ausgeschieden werden habe ein ernstes wort mit dem klein gesprochen patient die da beruf schmiede lehrling erkrankung kleine verbrennung im gesicht und an händen anmerkung eine weitere verbrennung für samsons egeizige lehrlings mädchen gewillig behandlung verabreicht aber ich habe sie gebeten ihren arbeit eifer zu zügeln bevor sie wirklich verletzt Knoblauch schneidebricht Knoblauch Pelladonna nur so ein stüssel das war so ist in der wahl kann man nicht irgendwie anbieten was man möchte ach doch mit steuerkreuz ich bin so blöd Gewebemus ich hab voll viele Rezepte freigeschaut muss ich mir mal angucken HALT RAN ne den hauen wir uns direkt mal rein HALT RAN wo ist der HALT RAN wo ist der HALT RAN HALT RAN HALT RAN HALT RAN HALT RAN achso das Buch heißt HALT RAN Moment nicht vergessen hier ich habe schon wieder ein paar Spielstände gelöscht aber hier gehts nach oben die Wegmockierungen trengt uns hier nach oben Wegmockierungen trengt uns hier nach oben hals HALT 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 Aber hier muss doch irgendwo... Hier ist nämlich das Fackenton. Moment. Kiste öffnen. Gerüstete Aufschneiderhut. Abgerissene gabunden Bekleidung. Wermut, Wermut. Wermut, Wermut. Wermut, Wermut. Komm. Vollstuhl. Halt rein. Elixier, Gifte. Tranktes Federfeld. Aber der Schlüssel ist nirgendwo dabei für dieses... Wermut. Allgemeine Teutel. Eigentlich wie kannst du eigene Tränke, Gifte und Elixiere herstellen. Sammle Zutaten, destiliere sie zu extrakten. Experimentiere, um damit wundersame Lösungen zu brauchen. Rostiger Schlüsselbuch. Rostiger Schlüssel. Jetzt. Jetzt zurück zu dir. Hab ich da nicht geguckt auf die andere Seite. Öffnen. Okay. Entschärfen. 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 Ein bisschen noch mehr fallen. Hier erstmal speichern. So. Das Buch. Entschärfen. 17. 24. Lesen. 2. 3. das befalls them curious why don't you take a closer look i'll observe from back here that looks terribly heavy why don't you let me carry it for you first book i just take inventar open to see where is the book it's not too late read you try to examine the book but the longer you stare the more those people irgendwas muss man da noch ein tun haben wir in den keller irgendwas gefunden was wir da rein tun könnten aktion dunkler verstand fallen lassen finalizing um der woe ni 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 naja wir haben das buch die kündnis zerstören aber muss irgendwas reingesocken werden aber ich weiß nicht was hier noch irgendwo ist polztruhe leer vielleicht in dem hinterraum keine ahnung ne müsste ich googlen aber ja behalten wir das buch erst mal irgendwie unser indental wird immer größer ich schau mich doch mal um hier vielleicht hab ich noch was übersehen moment ich guck noch mal eben bei jetzt bin ich ein buch nab 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 Ich weiß, es tut mir Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Da haben wir jetzt ein Haus hier abgesucht. Ich habe das Spiel in Jahren gesehen. Ich weiß es nicht. 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 Ihr seid ein sehr wortgewandter Ogre. Wie ich sehe, tragt ihr selbst das Mal nicht. Ich habe in der Region nicht viele Ogre gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung für die Absolut oder eine Gott. Ich folge zwei Maestern nur. Gluttony und Greed. Die Goblins verstehen meine Appetites. Sie schreien meine Hunger für Gold. Und die resten schreien meine Hunger für meat. Boss Goblin gibt Gold. Wir checken Brand. Good deal. No talk. Vergesst Goblins, ihr solltet für mich kämpfen. Täuschend. Täuschend. Was diese überzeugende Übung ist. Ist das irgendwie Schwierigkeitsgrad 20? Täuschend. 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 Täuschend lächer. Täuschend. 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 Täusch O. Ich habe ein Deal, mein Tasty-Kibbel. Geh meine Bonehorn. Ein Blut, und der Boden wird mit meinem Namen der Familie geschehen. Use es, wenn die Neue entsteht. Und nie ein Moment bevor. Ogre killen alle anderen, dann Ogre eats sie. Well-spoken. Indeed. Ogre killen alle anderen. Also, was ist das? Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind you see? I am a gourmand. And you a delicacy. Were I so lucky? Ich habe in der Region nicht viele Orga gesehen Wir sind da außen um anzusehen Lumpskriegshorn Wo ist es? Da unten Stoß in dieses Horn und Blumps wütend Orga Aber an der Walzlust Fressen jeden den sie kriegen können Aber wenn du einen Pack mit ihnen hast Verschonen sie nach Möglichkeit Deine Gruppe schlichte Horn und Lumpen Erleuchten gehört Das Mundstück ist mit Essensressen verkostet Habe ich da irgendwie bessere Handschuhe oder was? Gelb kann diese Magie dieses Gegenshalt absorbieren und zerstören Deine Bolle werden Du erhältst einen Bonusnitzel auf die Rüstungsgasse Und keine Rüstung und keine Nutzung trägst Fingerfertigkeit plus eins Ich kiai Was ist das? Ich kiai Ich kiai Und kiai Entstehen Ich kiai da ist gefallen wir haben hier volle alchemie böse genau gehen wir mal auf alchemie tränke halt dran finden zutat beliebige suspension schurkenmorchen untersuch gegenstand herstellen extrakte sublimaten über salze schurkenmorchen fünf verfügbar extra haben wir hier hergestellt suspension wir brauchen noch eine von den trompeten jetzt habe ich mich voll geascht hier alchemie tränke jetzt brauchen wir noch eine suspension und ein heiltrank ein heiltrank so viel aufwand erstmal speichern so was ist das oder ich mache das aus jetzt sagen wir haben wir oder Ein Bein, zwei Bein, hol, komm rein, zwei Druck, ein Schluck, hier setz dich, kein Druck, ein Bier, drei Bier, setz dich, trink dir, ein Bein, zwei Bein, Hallo, komm rein, Yondala und Gal, die werfen den Ball, sie spielten im Wald, war ein wenig verknallt, da kam ein Insekts, setzte dich auf den Ball mit dem spielten Beide, Yolanda und Gal, und Dala und Gal, als Gal ihn wohl schmettern, Yolanda schrie auf, sperr auf, die Augen, wir sind ein Schmetterling drauf, es macht der Bäcker Elmun die beste Brot im Ferrun, doch geht es zum Verkaufen, die Ältesten schnaufen, was sollen wir essen nun? Ami, Asud und andere Götter Amon, Amma, U, was, Amonator, der Sonne, Streit, Licht, Echi, Durchfachheit, der Menschengesetz, erschlichtet Streit, wer seinen Namen spricht und webt ein juristisches Netz. Asmodeus Vertrauen, das wird sich rächen, glaubt nicht seinen Worten, den Süßen, noch gewisslicher wird es. Ein Brechen, als die Teufel zu seinen Füßen. Auge, kalt wie Schnee und wie Eis, des Winters frostiger Odem, schenkt ihr Gold, schenkt ihr Speis, sonst erfriert ihr am eigenen Boden. Ich hab auch zwei Bücher gelesen. So schnell geht das heute, ich sage, Entschuldigung, wie ich das hier Zigarette ausmache. Ich gehe, nicht nur ein Bild, schauke, nicht die Untertitelung, schauke, nicht die Das ist schon Gold! Liebes Werkzeug! Leichter Hammer! Angelaufenes Medaillon! Ja, wir haben immer noch keine Schaufel. Vorlose Reise führt zu Baldustor. Die haben sie gezeichnete Karte einer Stadt mit einer auffälligen Überschritt versehen. Es folgt die grünste und genaue Darstellung der Stadt und der Bewohner von Baldustor, dem schmutzigsten Juwel der Schwertküste. Es folgt eine Anmerkung roter Tinte. 5. Dieser Band ist erstaunlich akkurat, abgesehen vom Unsinn über das Schwarz-Drachentor. Es ist nicht lebendig, egal was die umherziehenden Vetteln auch erzählen. Beauftragt jemand anderen die Karte zu zeichnen. E. Auf der letzten Seite stand ich einfach nur den E. Ok, gucken wir hier die Map. Ein bisschen nur hier lang. Aber wir haben dieses Kiekschrohnein, das ist jetzt cool. Ich glaube, ich bin jetzt Schläger. Ok, speichern. Verlassen das Dorf. Kirchschrohnein Ich bin immer hier noch. Aber, wo der M 1967 ist. Ich bin immer auf den Köpen. Wir müssen auch hier hin, Ich bin auch hier. Es ist ein Bermut. Es ist ein Bermut. Ach man, ich habe immer noch keine Schaufel. Hier geht es schon wieder nicht weiter. Wärmt. Hier haben wir auch aufgedeckt. Da noch was liegt irgendwie. Okay, dann gehen wir über die Brücke. Ich bin mal gespannt. Schnell speichern. Wir sprechen. Schnell speichern ist voll. Goblinlager, okay. Hier sind wir immer im Goblinlager. Hier können wir uns aufhören. Goblinlager. War drum. Ein von diesen kann einen Krieg auswählen. Peeken. überall fein also spiel laden ich weiß nicht soll ich mich da durchkämpfen durch dieses lager oder ich weiß es nicht goblins ahead watch how you go there's a trap so Das war's für heute. die rennen da voll rein die speichern die speichern die die das weiß ich nicht okay ich speichere jetzt noch mal hier guck an ruck an sapper's here unless you got another reason to be here feck syte as the symbol glows power courses through you Autorität. Der Auftraggeber ist da drin. Macht Platz. Der Auftraggeber ist da. Er ist einfach, Leute. Wir haben eine wahrheitliche Heilige Geist. Ich weiß keine Haus, deine Ex-Sellness. Oh, einer von diesen Thiefen? Wenn er nicht sterben ist, er ist in den Pitten mit den resten. Er ist in den Drüiden, wenn du musst. Wenn wir Goblin blühten, dann besser. Die Jäger sind die Räde auf Joaquin's Rest. Wir haben eine Jäger. Wir haben eine Jäger, wir haben. Von der Stadt. Ich bin sicher, die Jäger sind. Die Jäger sind die Schäuze, der Sie die Schäuze sind. Die Schäuze ist in der Kälte. Mitra auch. Und die Schäuze Gutt kann dir, wie viele neue Künstler haben wir. die Schäuze sind die Schäuze je? Das kann nicht nur ein. Du hast eine Strongliste, das kann nur eine ganze Sand. DER 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 DER. Okay, begin. Goblin Daga. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others. Only infinitely stronger. And turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, eacholous shadowscape. Nothingness in every direction. Then, there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison. And you will be worthy to stand beside you. Okay. Okay. Oh! Look at this artifact. A few minutes. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you. Pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The wrecking dies. A few minutes. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. Der Geist ist weg, mutiert durch dieses... dieses Gith-Relic. Warum hat ein Halfe-Elf es? Das Klimbim scheint wichtig zu sein, pass darauf auf! Zuerst hätt ihr eine Entklärung schon, was habt ihr da für ein Ding? Mh, hm... Glaub' mir, ich werde. Los geht's weiter. Ich weiß nicht genau, nicht genau. All ich weiß ist, dass es wichtig, dass ich ihn zurückbekommen zur Baldur's Gate. Warum Baldus geht, was verschweißt ihr? Das muss noch mehr daran sein. Seid offen und ehrlich mit mir. Wir haben alle unsere Erinnerungen geöffnet, damit wir nicht beschleunigen Schaar. Wenn ich meine Kontakt in der Stadt bin, werde ich meine Erinnerungen geöffnet werden. Bis dahin, muss ich den Artefakt mit meinem Leben guardieren. Da, du hast die Wahrheit, für alles. Los geht's. Gehen wir. Ihr habt mich angelogen, wie lange wollt ihr das Geheimhalten? Ich wollte keine gemeinsame Sachen mit einer Schaarjüngerin machen. Weil ich glaube, ist ganz allein eure Sache. Ich verdanke, dass ihr mir das erzählt habt. Weil ich glaube, ist ganz allein eure Sache. Nun ist die Wahrheit raus. Erzählt mir, jetzt könnte ich erwarte mehr Ehrlichkeit. Belassen wir es vor uns dabei. Ich kann euch nicht trauen, wir sind besser getrennt und weiter. Nun, die Wahrheit erzählt mir mehr. Und wie genau seid ihr bitte zu ihnen anders? Ja. 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 Ich verstehe das, wenn ich es fragen will, ist besser wenn ich es fragen will. Es reicht ihr zwei, wir müssen zusammenarbeiten. Nein, aber irgendwelche Probleme gegen meinen König werden, in der Zeit. Ich habe dich einfach schraubt. Schraub dir das in Ordnung, wenn du deine Schuld hast. Oh, 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 oh. Oh mein, ich habe hier einen Scheißer-Borren mit Fantasen. aber wo ist dieser Halsin? Da ist schon die weitere, die andere Quest. Ich muss mal hier ins Tagebuch gehen. Rette den Druiden Halsin. Suche im Goblinnlager nach Halsin. Wir haben erfahren, dass die Goblins die überlebenden Tiefen in ihrem Lager gefangen halten. Halsin könnte dort sein, weil sie überlebt hat. Aus Halsin-Protten ist dieses Parallel. Oh, er kunde die Kräfte der Parasiten, die ihr gibt. Wir haben die Kräfte unserer Parasiten genutzt, um Einfluss auf andere Folgen wie wir können. Wir wollen damit gehen. Wir haben einen besonderen Parasiten wie unsere eigenen gefunden. Sein Potential hat uns angezogen. Eigentlich finde mehr über das Fakt raus. Besiege die Goblins. Sie müssen die drei Anführer finden. Oh Gott. Jetzt schließe das alte Buch. Das Buch ist fast aus mir, ist nicht schlecht bedacht. Was ja einer hat von Stein. Wenn man einen Schlüssel gewählt, könnte man damit wohl die Ferenten aufhören. Jede Seite des Buchs ist von Bildung erfüllt, aber es stimmt eine Schwäche. Es muss doch einen Weg geben, das Rufstisch. Oh Gott. Ich hätte da noch weiter suchen können, das Rufstisch. Ah scheiße. Begleiter. Schatnet sagte, dass die Erinnerung unterdrücken hat lassen, damit sie schaden können, ohne sie bloß zu stellen. Schon da rein, bitte. Ah, sie sind zufrieden. Wir haben die Krippe. Wir haben die Patrouillen noch wegen der vielleicht die Krippe. Die Krippe- holen, die ist zufrieden. Die Krippe- schreit. Die Krippe- schreit. Ich habe die Krippe- schreit. Die Krippe- schreit. Das ist nur eine Hose. Die steht euch wirklich gut. Es ist hier Elfterzwerge, der Zwerg hat ihn etwas beinig, außer Nehose. Dann nehm ich nur das Geld. Ich liebe Gedichte, darf ich mal sehen. Weg hier. Die sollte man denn hier fragen? Es ist gut, dass es zwischen unseren Alliern ist, nicht wahr? Die Absoluten Wunschungen haben so viele zusammengebracht. Warte für eine große Glückwunsch! Geht nicht mehr, wenn es jetzt ein guter Gott gibt! Den besten Weg ist eine Blase in der Quarren! Für mich wird es in der Nähe. Das ist ein Wegpunkt los. Das war's für heute. Das ist ein schreckliches Waste von Stonecraft. Sein Name ist Brorax, und seine Worte absoluten! Er ist ein Schuss für dich zu retten! Es ist ein Schuss, meine Beherren. Wir können sie als Mensch sein. Ha 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 ha! Du hast ihn gut gemacht! Und wer bist du? Nicht die Besten? Elf. Ich denke, du bist der Welt. Das denke ich nicht, entlang ihr seid nur Dreck unter denen meine Schafe. Wie viele Mutmaschungen hier, ich denke nicht, dass ich besser bin als andere. Das denke ich nicht. Du kannst uns nicht ignorieren. Du bist so großartig. Du bist nichts. Nicht zu uns. Wir sind pure. Wir haben das Absolut auf unserer Seite. Und wir werden diejenigen auf der Seite. Du solltest lernen. Geh auf. Kieße mehr Fuß. Oder ich werde das lustig aus dem Gesicht von deinen schönen Gesicht. Einschüchtert. Ihr könnt jetzt stattdessen meinen Fuß küssen. Boah 15. Bonus hinzufügen. Pracht des Adlers. Pracht des Adlers. Kommt dann. Yes, Siebchen. Weiter. Los, küss meinen Fuß jetzt. Also ich auf die Probe stelle. Nein, nein, nein. Das hier. Ja gut. Ich muss die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer auch immer das zugeschaut hat. Schönen Gruß an eure Familie und eure Freunde. Ist ernst gemeint. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Das war euer Adobe. Let's Play Baldus G3. Folge 8, glaube ich. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. ca mit Anfang Vielen Dank.